Hallo Leute, Willkommen zurück zu Pilotwings Lesson 6 Nach dem Touchdown take care when using the Brakes. Der Reine hat stoppt fallen, aber der Rheinweil ist noch sehr schlecht. Das heißt... Hey Kleiner... Wenn du zu schnell fliegst, dann gibt es ein paar Bleuflecken. So... 240 Punkte... Machma, machma in 3 Missionen... Oh, äh... Mama, 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 mama... Skydiving! Genau, Mama Skydiving. Das ist sowieso so abnormal schwer zu landen, aber noch lange nicht so schlimm wie dieser Paragleter. Oh mein Gott... Ja... Hey, man, apropos Landen, wo ist die Landebahn? Nee... Doch nicht... Doch... Nee... Die kleinen Insel sind doch viel zu klein. Das kann nicht die Landebahn sein, oder? So... Ey... Oh, wir haben es doch geschafft. Ey... Wir haben es noch immer geschafft. Oh, es ist ja schon optimal schwer, da durchzukommen. Wow... Da wir... Okay... Keine Angst Leute, ich habe einen Plan. So, wir drinnen das jetzt so. Und go! So, jetzt können wir da von der Seite rüberfliegen. Und wir haben es noch einmal geschafft. Verdammte! Ein Great Landing voll ins Gesicht. Warte, ja! Gleich beim ersten Mal so eine unmögliche Landung geschafft. Hm... You did well! Ey, das war perfekt! You can still do it! Grusel... Lups, lups, lups... Continue... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... Liveplane! Äh... 3 Aachen... Äh... Ja... ...und es ist egal, ob wir links oder rechts landen... Finde ich gut, man... piloten mit meinung auch verdammt was gibt es schon wieder alter das lebt ja förmlich am boden nicht zu tief wo 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 ein einziger fuß doch ein einziger fuß vom boden war mein pferd leute aber wir müssen langsam langsamer werden die landebahn ist ja rutschig hat es geheißen nicht dass wir hier noch aus dem bildschirm rutschen ey bleib stehen mann wir sind noch auf der landebahn oder ja landing ok man das war knappe sache 77 punkte you did well it seems very hard ja natürlich geben wir nicht auf man so wir machen jetzt rocket belt das einfachste von den malen eigentlich so starten wir direkt da ist auch schon der erste ring direkt vor der nase hingeknallt hier diesmal hatten sie nie wer flachgelegt zu flachgelegt wie flachgelegt und nicht flachgelegt flachgelegt so der schaffer locker der schaffer nein wir haben sich wo jetzt hätte ich kurz nach der richter feuer wo landen wir auf der bonus plattform oder hier landen wir einfach ganz normal hier wo 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 ist eigentlich der unterschied zwischen der 70 punkte plattform und der von 50 punkte und 20 punkte plattform hey hey ich erwarte nie dass du so gut gratulierungen du bist sehr gut geworden naja wo ehren wir haben es geschafft und alles andere interessiert den piloten nicht im nächsten part holen wir noch mal rein und damit tschölder